Gott sei Dank sind wir sehr früh dran, sodass wir mit unserem 9 Meter Womo durch die Zufahrt zum Parkplatz kommen und uns gut einen Parkplatz aussuchen können. Wird man hier aber von Autos eingeparkt, muss man wohl eine Weile warten, um hier wieder rauszukommen. Scarborough Castle ist eine Burgruine und ehemalige königliche Festung auf einem Felsvorsprung über der Nordseeküste. An drei Seiten fallen über 100 Meter hohe Klippen ins Meer. Der Weg zum Eingang und über die Wehrgänge ist relativ steil, aber dafür hat man auch einen tollen Blick über die Stadt und das Meer. Die heute noch sichtbare steinerne Burg stammt aus den 1150er Jahren. In verschiedenen Bürgerkriegen wurde die Burg weiter befestigt. Seit den Belagerungen des Englischen Bürgerkriegs liegt die Burg in Ruinen. Interessant finde ich, dass allein zwischen 1642 und 1648 die Burg siebenmal die Seite wechselte. Sie diente zwischendurch auch als Gefängnis und wurde 1660 zurück an die Krone gegeben. Trotz der vielen Angriffe hielt der Donjon aus dem 12. Jahrhundert und ist auch heute noch als Hülle erhalten, wobei die Westmauer, Innenwände und das Dach wegen des Bombardements im 17. Jahrhundert fehlen. Seit 1984 wird die Burg vom English Heritage verwaltet und es wurden 250.000 Pfund in die Gestaltung der Burg als Touristenattraktion gesteckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als persönliches Fazit, für mich lohnt sich der Besuch nicht wirklich. Auch wenn die Geschichte der Burg sehr abwechslungsreich und spannend ist, ist leider nur sehr wenig wirklich erhalten oder zu besichtigen. Wir verabschieden uns heute von hier und suchen uns etwas nördlicher einen sehr schönen Campingplatz zum Übernachten. Vielen Dank.